Ich bin heute da, um Finn Bartels einen Fußabdruck abzunehmen. Der wird dann nach Berlin gefahren und dann zu einem Bronzegießer gebracht. Der stellt dann eine Bronzeplatte her, etwa 80cm auf 80cm groß, die dann in Berlin im Olympiastadion auf diesem Walk of Fame eingelassen wird. Auf dem Walk of Fame sind schon relativ viele und berühmte Namen, wie Günter Netzer, Thomas Müller, Oliver Kahn, Gerd Müller, Kevin De Bruyne und noch einige andere. Ja, überrascht erstmal, aber natürlich irgendwie eine Riesen-Ehre, Riesen-Freude dann, ist natürlich irgendwie was, was bleibt, wenn da so eine Fußabdrücke irgendwo stehen, dann ist das glaube ich eine Riesensache, aber ich glaube insgesamt ist das einfach Sinnbild für unsere einfach sensationelle Pokalsaison als gesamte Truppe und da darf ich jetzt halt vielleicht stellvertretend für alle so meine Füße reinhalten. Kalt, man muss auch einen Moment aushalten, drei, vier, fünf Minütchen, aber das lässt man dann gerne über sicher gehen. Dann, du bist dabei! 1, 2, 1! Dann, du 1990 kommet. 100 second lang. 135vermemberewimento Bis zum nächsten Mal.